Wir sind Thermocom! Was? Du weisst nicht, was Betriebsunterhalt ist? Komm mit und ich zeige dir, was das ist. Als Fach Mann, Fach Frau und Betriebsunterhalt sind deine Haupttätigkeiten Kontrolle, Wartung und Reinigung von Gebäuden und Aussenanlagen. Anforderungen an deine Lehre sind, dass du körperlich fit bist, belastbar und Freude an technischer Arbeit hast. Genauso ist es auch sehr wichtig, dass man ein technisches Verständnis hat und dass man Freude an Abwechslung hat. Auch wenn du viel selbstständig arbeitest, erhaltest du die Unterstützung von uns und wirst in jedem Bereich gut eingearbeitet. Thermocom! 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 Bis zum nächsten Mal.